Willkommen zu meiner Bewechslung von Battlefield 1, den Storytweller. Eine unerreichbare Welt. Hinter jedem Gewehr steht ein menschliches Wesen. Wir sind diese Menschen. Dann musst du mir jetzt versprechen, dass du mich in einem Stück zurückbringst. Okay, ich verspreche's. Reise! Es wäre möglich, dass du auf dich gestellt bist. Wir werden den Fortschritt niemals aufhalten! Wenn sich die Geschichte auch nur an jeden Tausendsten von uns erinnert, wird die Nachwelt erfahren, wer wir waren und was wir getan haben. Aber bis dieser Tag kommt, halten wir stand. Wir werden dem Tod ins Auge blicken. Und wir werden kämpfen. Katscha! Münchner Oha. Ja, das war der Battlefield 1 Story-Twiller. Ja, war ganz solide, würde ich jetzt mal sagen. Ja, okay, man sieht sich.